Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play John Wicks Hex, heute am 3. April um 14.53 Uhr, wir machen weiter mit den Dorks, die persönliche Garde der Hafenmeisterin ist bereit für den kommenden Krieg, du bist früh eingetroffen, ja ne, die wollten eigentlich gerade noch so ein bisschen Gras zupfen, wie die guten deutschen Soldaten, dank der von der Leyen beherrschen sie das Graszupfen mittlerweile sehr, sehr gut, die hier, die sind vielleicht ein bisschen gefährlicher, da sollte man, Ja, wir werden mal sehen, was sich so vergangen als Stationals zu sehen Erzählen habe, denkt er sich so, ja, da sollte man ein bisschen aufpassen, wir haben übrigens noch eineinhalb Tage Zeit, circa für dieses Spiel, ne, Playstation Now technisch offiziell, auch wenn in der Vergangenheit schon viele Spiele dann 14 Tage länger gehalten haben, möchte ich hier das natürlich, ups, nicht riskieren und, ähm, Ich glaube, ich habe tatsächlich doch ein, jetzt bleib doch mal stehen, Mensch, ein, äh, habe Verband übersehen, ne, habe ich so beim, 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 so ein bisschen bemerkt, upsie, upsie, da wurde ich ja angegriffen, Das, ähm, ich soll da hin, oder ist da ein Verein, schlussendweise ist da jemand, dass ich ja drei verlegt habe, ich glaube, ich habe aber nur zwei eingesammelt, ist natürlich ein bisschen dumm, ja, warte mal, wenn der halt stark ist, dann sollte ich hier definitiv in den Nahkampf gehen, ja, Also, das ist nur so viel dazu, das Spiel kostet, Playstation Store, 20 Euro, ah, ich habe ja noch eine Maschinenpistole, ne, die hat so, sogar ein bisschen mehr Schuss, und, äh, auf Amazon ist es tatsächlich dieses Mal ein bisschen billiger, sollte man eigentlich gar nicht meinen, weil digital meist billiger ist, aber auf Amazon kostet es tatsächlich aktuell 17,50, das ist aber auch die österreichische Version, glaube ich, Peggy halt, macht aber dann natürlich keinen, so großartigen Unterschied, die, äh, was war das, da war, glaube ich, noch eine Version für 30 Euro, ja, das war, glaube ich, war das die Xbox, also, ich bin mir nicht sicher, ich habe das gerade eben kurz vor der Aufnahme kontrolliert, achso, hier geht es gar nicht weiter, also, ja, 17,50, beziehungsweise 20 Euro, oder ihr hattet halt Glück und habt das über, vielleicht sich in den Augen gespielt, was heißt Glück, ich meine, man muss ja da auch 60 bezahlen, aber ich, ich finde das, ich finde das legitim, weil ja auch sowas wie Horizon Zero Dawn und so weiter drin, nicht, dass ich jetzt das gespielt hätte, aber ich meine, man muss ja einfach das sich nur ausrechnen, wenn man halt 60 Euro im Jahr bezahlt, und du, dann musst du ja eigentlich nur 2, 3 Spiele im Jahr durchspielen, und dann kommst du ja wieder auf das Geld, ja, soll ich das machen? Ich glaube, ich hocke mich erstmal hin, und schau mal, was er macht, wahrscheinlich wird er gar nichts, ah, kommt, er kommt rum, er kommt rum, er kommt, okay, wenn ich jetzt, ich versuche mal was, aber kann ich, ich würde gerne, ich wollte eigentlich rollen, aber gut, dann schießen wir, ja, 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 oh! Oh! Na, den, 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 äh, hab ich jetzt gar nicht bedacht, steh mal auf, ja, und dann, denke ich mal, dass wir hier, ah, oh, 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 das hat, das hat tatsächlich nicht funktioniert, okay, sind aber nur normale Männchen, von daher, ah, kommt er einfach von der anderen Seite, ne, geht das? Ja, schalt, schalt ihn aus, schalt ihn aus, und dann, lebt er noch? Ne, ne? Ne, ne, dann werde ich mich wohl oder übel mal hier ein wenig fokussieren und heilen müssen, was okay ist, äh, 4 Verbände und zwar, oh, lolololo, hallo, lolololo, lolololo, nicht mit mir, Kollege, haben wir hier irgendwas Nützliches? Na ja, wir haben hier den 10er noch, da haben wir den 7er, würde ich erst mal aufbehalten, tatsächlich, mal schauen, was als nächstes passiert, da beispielsweise, den können wir jetzt mal wegballern, und dann, oh, der hat 4, oh, shit, oh, shit, so auf meine Nüsse, warte mal, äh, 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 wenn ich jetzt da hin, oh, ja, 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 sehr gut, und dann laufen wir wieder zurück, und, Ah, da kommt doch auch schon wieder jemand, egal, den sollten wir, soll ich schießen? Ja, komm, ich schieße, ah, äh, das war nicht schießen, weil ich keine Munition mehr hatte, ne? Okay, ähm, schlagen, und dann, ausweichen, hat nicht so gut funktioniert, gut, knocken wir dich auch noch rum, ne, der, der Random, der Bullshit-Effekt einfach, wir, wissen da ja mittlerweile Bescheid, das, tangiert uns jetzt natürlich nicht so sehr, unser Leben vielleicht ein bisschen, aber, man hat ja, wie gesagt, auch genug Verbände, und es ist auch gar nicht mehr so weit, von daher, aber ich könnte mir vorstellen, dass da trotzdem jetzt noch ein paar von hinten kommen, oh, 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 der sieht mächtig aus, ist ein Fünfer, ja, lass den, lass den Fünfer kommen, ganz ehrlich, gehe ich mal, wobei, das ist nicht, das ist nicht klug, weil er dann wieder nicht hochkommt und nicht schlagen kann und so weiter, hoffen wir mal, dass da jetzt parallel kein anderer kommt, hallöchen, ah, äh, Moment, wieso wurde mir das denn nicht angezeigt? Egal, muss ich jetzt riskieren, natürlich, Da, ähm, hab ich dann Irgendwie, ne, wenn, wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dass das Spiel einem hilft, ja, mach doch jetzt hier, ist mir egal, ich lass es jetzt drauf ankommen und also mich dann hier mal so ein bisschen noch in der Ecke zu Versteckerladen und mich mal hier nochmal zuhören Ja, das, Moment Äh, Kann ich nicht machen? Wie jetzt? Du kannst doch, wieso kann ich mich denn jetzt hier nicht verbanderisieren? Geht nur ein Verband pro Mission, oder das verstehe ich jetzt hier nicht Mag mir das jemand verraten? Okay, dann lass ihn halt kommen Was er wahrscheinlich auch wieder nicht machen wird Ich steh mal auf Was ist er weg? Ja, er steht immer noch hinter der Ecke Jetzt geht's wieder Hm Komisch So, komm mit raus Lasse dich bezürzen von meiner Knarre Mhm Tja, gut Jetzt Dankeschön Ja, das, das ist extrem dumm, was ich gemacht habe Das hätte man definitiv besser machen können Aber gut, das war's dann halt auch Ne Der Bullshit-Faktor Er hat auch wieder versucht, mich zu penetrieren So Als nächstes kommt das Deck Finde einen Weg nach unten Die Barrikaden sind bereits installiert Ja Die wissen, wussten doch alle schon vorher Bescheid Die sind doch alle in einer riesen Whatsapp-Gruppe Und als sie gehört hatten, dass der Dass der Osborn da penetriert wurde Da Da haben sie sich doch direkt aufgemacht Ja, das ist Egal Nahkämpfer und so weiter Ist mir schnurz 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 Aber wenn er schon mal da gut steht Können wir ihn natürlich auch gleich mal mitnehmen Und dann Hier Die Waffe wechseln Weil ich nicht denke, dass wir nochmal vorbeikommen werden Wir können ja mal ganz kurz hier schauen Okay, das Das geht sehr in die Länge Zwei Wege haben wir noch nicht mal Wir müssen den Weg hier nehmen Okay, okay, okay Ja, er ist Ja, auch erstmal ein Nahkämpfer Wir lassen ihn erstmal kommen Für den Fall, dass da noch irgendwas kommt Von hinten oder so Ne, sieht bisher gut aus Gut, ich schieße ihn mal sicher selber ab Damit wir da Äh, uns wieder so ein bisschen nach vorne Bewehr Ja, la, 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 la Moment, tschüss Ich gehe wieder auf Auf Wiedersehen Oh, hoppa, 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 hoppsi, du Schlagen Ja, kommt hin Ah, 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 ah Da, da ist doch schon wieder jemand gekommen Und das Spiel hat es mir doch nicht gesagt Das Spiel hat es mir doch nicht gesagt Kann ich ihn, schalte ihn aus Schalte ihn aus Äh, das war jetzt nicht so gut Ah, ja, ja, der Bullshit-Faktor Ich geh ja schon, ich geh ja schon Jetzt ne Granata, nein, das Thema hatten wir schon Aber ich lass euch einfach kommen Ganz ehrlich Geh ich halt hier auf diese Seite Fünf ist halt immer noch Zu gefährlich Aber ich hab ja keine Wahl Tatsächlich Genug Munition hab ich noch Einfach direkt wieder schießen, oder? Ja, und dann Schnell zur Seite Sehr gut Klar, dass der nochmal schießt Jetzt wird er doch in den Kriegsschatten gehen Das hat leider funktioniert Aber den da, den können wir immer so ein bisschen Abballern, ja Schön Verschreckerli, na schafft er es noch? Ja, uh, schön ausgewichen Da hat er unabsichtlich Sich zur Waffe gebeugt Und das zählte doch als Auswahl Ja, Alter Ihr seid mir aber auch wieder welche hier Ja, man kann halt Ist halt schwierig Weil die haben halt mehr als zwei Leben Da lässt sich's nicht so einfach Penetrieren Jetzt sind sie alle anges- Okay, der ist angeschlagen Ah, wobei doch Das war gut Oh, der hat einen schönen Revolver Okay Nein Nope Nope, 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 nope Der geht wieder Der geht wieder Kommt der nächste Der Fünfer Zack, zack Okay Ja, schieß, schieß Nein, nein, okay Wie auf so einem Karneval Lass die Ziele kommen Und Illuminiere sie Uh, so Was machen wir jetzt? Ich glaube Hier lag hier nicht Ja, da vorne Müsste ich mich Hinschlängen Oder ich warte natürlich einfach Bis die kommen Was sie wahrscheinlich Wieder nicht tun werden Ja, muss ich ein bisschen Okay, das ist ein Nahkämpfer Das juckt keinen Genau Hm Er kommt Er kommt mit, ne Er kommt mit Ja, ja Nee, nee Nee, 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 nee Darauf lass ich mich jetzt nicht ein, okay Dann werde ich doch von dem anderen Oh, shit Okay Jetzt hab ich ein Problem Ei, 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 ich meine Er hat mich noch nicht gesehen Versuchen wir mal Nicht What the fuck Ich will ihn ausschalten Das geht nicht, weil er zu mächtig ist Okay, dann Bin ich eingewieselt Bin ich eingewieselt Ich glaube, ich bin eingewieselt Ja, ich meine Wenn ich ihn schlage Ist er das Sichtfeld des anderen blockiert Tja Der schießt ja jetzt nochmal Mal gucken, was geht Der ist ja jetzt ein bisschen betäubt Kann ich da durch Oder steht der mir gänzlich Ich glaube, der steht mir gänzlich im Weg Okay, dann muss ich halt nochmal schlagen So, dann Naja Ja, soll ich sagen Das ist halt, äh, Holocaust einfach Weil es ja auch wieder diese Gerade ist, wo man sich dann fragt Was, was soll ich tun Was, was soll ich da tun Auf jeden Fall muss ich anscheinend Noch mehr mit meiner Munition sparen Also es liegt genug rum Ja, man Kommt da halt nie so gut ran, ne Ei, 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 ei Ja Tja Das, ich glaube, das wird Das wird nur weiter dauern Hab ich einfach so im Gefühl Ja, ja, du kommst erst mal Dann kommt der andere hier aus dem Sitter her Ich hoffe, das war kein Fehler Ne, ne, ne Aber der da, der mag jetzt so ein bisschen schießen Hab ich gehört Ja, eliminiere ihn So Und dann stelle ich mich hier hin Ist halt ein großer, wie gesagt Aber wenn ich ihn treffe Ist ja, ja, er wird nur so minimal betäubt Tatsächlich Aber Machen wir einen Schritt zurück Und dann geht das schon Du darfst dann auch direkt mal Ah, hat leider ein bisschen Überlebt, würde ich sagen Zum Schlagen war er aber leider Zu weit weg Nimm mal die Maschinenpistole Die hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht Ja, ja, oh Der hat aber lange gebraucht Um die einzusammeln, ne Aber du solltest jetzt, wenn ich Glück hab Jaja, weil er ja dann natürlich öfter schießt Autschi, Autsch Das hat aber auch leider minimale Konsequenzen Aber Es ist, denke ich mal, machbar Das ist definitiv ne Oh, ne beste Runde Da hat er so ein paar versammelt Aber es ging trotzdem Oh, nimm mal die, genau Sehr gut Ne, so eine einfache Pistole Die Ist da jetzt in dieser Situation Nicht mehr ganz so gut Wenn da so viele auf einmal kommen Ja, lass ihn, lass ihn kommen Lass ihn kommen, lass ihn kommen Und dann Ja, ich wollte Egal Scheiß drauf Hat funktioniert Ich glaube, wir sind jetzt sogar weiter Okay Ja, ne Die guten Maschinen-Dinger Sind dann doch In der Situation ziemlich gut gewesen Ja Dann laufe ich mal hier rum Boah, dann ist es auch gar nicht mehr so weit Okay, da haben wir jemanden Können wir uns Da Ja, wir können uns ranwieseln Äh Ja, genau Wollte schon sagen Geht das jetzt nicht Hallöchen Dann kommt da noch so ein Tatsan Um Umse Achso, der lebt ja noch Sorry Mein Fehler Wir wollen ja hier Keine halben Sachen machen Bamf, bamf Bamf, bamf Und noch einer Sehr, sehr gut So Na, 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 na Hier vielleicht noch jemand versteckt Aber grundsätzlich irgendwas zum Einsam, was ist das? So eine Luke, ne? Hätte ja jetzt auch ein leuchtendes Symbol sein können Ne, ne, das ist gut Ne, das, äh War es dann tatsächlich auch wieder Sehr, sehr, ups Schlecht verteilt Okay, nicht ganz So Naja, wollen wir den Wollen wir die Knarre nehmen? Wollen wir die Knarre nehmen? Ja, wir nehmen die Knarre, glaube ich Achso, ja Naja, ja, klar Für so einen großen Gegner Ist das vielleicht ganz gut Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht Dass das dann Wirklich nur diese Diese eine kleine Knoten quasi war Und der Rest des Levels Bullshit war Die Hafenmeisterin Hat es nicht geschafft Das Gleichgewicht Wiederherzustellen Wird aber trotzdem Weiter kämpfen Was ist denn Gleichgewicht? Alter, das sind wir hier bei Star Wars Es geht um einen Mann Ihr seid zu dumm Einen Mann zu penetrieren Beziehungsweise Gut, ihr habt halt Pech Dass der ständig neu lädt Das, was ihr nicht könnt Beziehungsweise doch Die Statisten sehen ja alle gleich aus Sie laden auch alle nach Aber Bringt nicht so Da Da hat er Hat er mich Ges... Ne, 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 ne Ne, 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 das starten wir neu Eigentlich wollte ich ihn ja auch schlagen Aber es konnte ja keiner wissen Dass dann wieder acht Mann kommen Gute Devise Zumal Neu zu laden ist eine gute Devise Zumal ich ja auch den Revolver Dadurch dauert Dass er alles noch schneller Aber wenn ich jetzt schieße Ja, genau Und dann Kann ich den hier Ganz normal Fertig machen Dich auch Äh Ja Zum Schlagen war ja wieder zu weit weg Mein Fehler Ich hab dann Manchmal so das Einfach den Gedanken Dass er dann hinläuft Wenn ich Schlagen anklicke Aber ich klicke ja gar nicht Schlagen an Weil es gar nicht verfügbar ist Ja, komm Also Bei ganz behinderten Fehlern Kann man ja mal neu starten Ist ja auch ziemlich am Anfang Da geht das schon So Hinlaufen Hinlaufen Und jetzt Können wir tatsächlich so ein bisschen Schellen verteilen Pampf, pampf Sehr, sehr gut Dann haben wir hier auch Jede Menge Waffileinigs Für den Notfall Und schauen mal Was hier hinten ist Und hoffen Dass keiner von hinten kommt Das Wird überhaupt gar keinen Sinn Ergeben Weil wir hier alles Aufgeräumt haben Aber es ist fucking John Wick Da ist denke ich mal Alles möglich Pam Oh Hat er aber auch Zweimal geschossen Was für ein Meister Zwei Revolver Schüsse hintereinander Der Mann Muss vom Fach sein Holy fucking shit Gute alte Maschinenpistole Hier bei so nem Engen Gang Da könnte sich das auch wieder Sehr als nützlich erweisen Oh Ist das ein Fenster oder Ne Da kann ich durch Er sieht mich nicht Er läuft aber Okay Ah Hast du ne Waffe Du hast ne Waffe Okay Schieß Schieß Ja Und Na Oh 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 Das hätte ich jetzt nicht erwartet Autschi Autsch Okay Fick dich Ganz ehrlich Das machst du nicht normal Oh shit Da kommt jemand von hinten Schnell Schnell in Anführungsstrichen Parieren Bam Guten Karaten Karateschelle Ins Gesicht Und ich werde euch jetzt auch leider mal ins Gesicht sagen müssen Dass diese Folge auch schon wieder vorbei ist Ja So schnell kann es gehen Wenn man Spaß hat Wenn man töten darf Beim Töten vergeht die Zeit immer sehr sehr schnell Fällt mir immer wieder auf Jedes Wochenende immer wieder Ich denke mir so Oh was Ich hab doch gerade erst die achte Leiche penetriert Und es ist schon wieder 3 Uhr morgens Ja Aber keine Sorge Ich werde mich jetzt hier natürlich direkt an die nächste Folge setzen Und ihr Wenn ihr über die Playlist schaut Werdet ihr auch direkt weiter bei dieser Blutorgie hier teilnehmen können In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal See ya See ya